Seit Monaten machen Gerüchte die Runde, in der Ehe des Fürstenpaars hänge ordentlich der Haussegen schief. Immer wieder zeigt sich Fürst Albert ohne seine Frau Schalene von Monaco in der Öffentlichkeit. Nun sieht das aber ganz anders aus. Nachdem Schalene von Monaco nach einer hartnäckigen HNO-Erkrankung wieder von Südafrika nach Monaco zurückkehren konnte, kamen immer wieder Gerüchte auf, die Ehe mit ihrem Mann Fürst Albert sei am Ende. Auch bei öffentlichen Auftritten, die sie aktuell wieder gemeinsam besuchen, wirkt die Fürstin oft etwas geistesabwesenden, gar bedrückt. Oft zeigt sich das Fürstenpaar auch ohne den jeweils anderen auf Events. Doch nun sieht alles wieder rosig aus. Fürstin Schalene und Fürst Albert Jetzt zeigen sie sich wieder Seite an Seite. Auf Instagram teilten das monigassische Fürstenpaar jetzt einen Lichtblick für ihre Ehe. Auf dem Kanal der Foundation Prinzessin Schalene de Monaco, der Wohltätigkeitsstiftung der Fürstin, zeigten sich Schalene und Albert nun wieder Seite an Seite mit dem Ski-Club Kuschevel anlässlich einer Scheckübergabe zur Fortsetzung der Wohltätigkeitsgala in Kuschevel. Lächelnd posieren Fürst Albert und Schalene von Monaco hinter dem überreichten Scheck und lächeln in die Kameras. Als eine solche Einheit hat man das Fürstenpaar schon eine Weile nicht mehr gesehen. Oder lächeln sie hier nur für die Kameras?